hallo youtube und herzlich willkommen zu einem einer runde 8x1 ja kommentiert und heute wahrscheinlich das einzige video denn ich konnte gestern halt gar nicht an dem pc oder ich war gestern noch gar nicht am pc und deswegen konnte ich halt gestern nicht vorproduzieren für heute das heißt heute obwohl ich heute wieder früh los muss muss ich jetzt eine runde aufnehmen und danach noch eine runde aufnehmen und danach noch eine runde aufnehmen wahrscheinlich das heißt für die nächsten drei tage vor produzieren an einem tag wo ich nicht sehr lange kann ist auf jeden fall geil muss man ja ganz ehrlich sagen ich bin froh wenn diese runde jetzt klappt gerade hatte ich schon hecker ich habe mir jetzt die zeit genommen und mich noch mal hingesetzt für euch aber wie weit der typ fliegt ähm und mich jetzt hier noch mal hingesetzt und eine runde aufgenommen oder ich nehme ja gerade noch auf besser gesagt damit ihr auch eine vernünftige runde habt nein wieso verkacke ich denn also ich bin so uneingespielt man kann doch nicht sein alter jetzt möchte ich nur das recht auslöschen die dafür jetzt kein gold bekommen auch mann wieso bin ich nur so doof fagge übrig dick glaube ich alter ich bin colli das reicht schon ich bin dumm das bezeugt alles wenn ich jetzt gerade runter gelaufen wäre es war wieder kurz davor dass ich runter gelaufen bin haltet du der kann aber auch nicht viel er hat angst der hat mich so leicht runter hauen können oh mein gott wird das sogar noch knapp alter das wäre peinlich geworden hätte ich jetzt nicht mehr bekommen ich mache lieber safe so jetzt müssen wir uns das gold in der mitte gönnen nein jetzt ist da ein anderer oh man jetzt muss ich den wieder verfolgen dass er nicht das gold saven kann ey Junge was ist denn hier los nur arschgeigen auf dieser map oder was ciao hat der das gold noch hingedroppt bekommen? nee schade 3 minuten ey und 3 teams ausgelöscht 2 mal versucht gold zu saven aber es hat nie geklappt einmal aus dummheit und einmal aus pech dass ich dumm war naja ja gut wer räumt denn hier so auf? finde ich nicht gut nur noch pink und ich haben ein bett der hat gerade blau ausgelöscht wo auch immer blau sein mag da ist blau das heißt er ist hat keine verbindung zu meinem oh gott bett finde ich persönlich ja super könnte ich den nämlich jetzt schön killen die ich Ich kenne mich nicht. Ich bin dumm. Ich kenne diese Person, die hier gerade hinter dem PC sitzt, nicht. Denn diese Person, die hinter diesem PC sitzt, ist einfach nur behindert. Danke. Ach Gott, Alter. Oh, nee. Jetzt ist der Name mit 100 Gold. Ja. GG, ne? Pff. Kriege ich niemals den Kill, Alter. Ja, das war es dann wenigstens mit der Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn sie kurz war. Bis zum nächsten Mal und tschö. Mödö.